Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Black Ops 2 Botmatch. Und weiter geht es mit euren Wünschen und wir sehen, wir nähern uns dem heutigen Datum mit riesen Schritten an. Wir haben jetzt schon den 10.02. bei den Wünschen erreicht. Der Wunsch sieht wie folgt aus. Ich soll mit der PDW spielen, Lasermarkierer, Magazinerweiterung und eigentlich noch schnelles Magazin, aber man kann nicht Magazinerweiterung und schnelles Magazin zusammen haben. Also habe ich schnelles Magazin durch schnell ziehen ersetzt. Ha, voll intelligent. Ansonsten war nichts gewünscht, also habe ich ein bisschen meine Kreativität ausgelebt. Punkteserien, Orbitalsatellit, Eskort, Drohne und Hundestaffel. Der Orbi scheint extrem beliebt bei euch zu sein. Wir spielen weiterhin Capture the Flag, dieses Mal auf Encore. Und starten mal eben schnell die Runde. Ich habe übrigens neulich irgendwo gelesen, dass bei der Band Rammstein die Tatsache, dass das R gerollt wird, also Rrrr, dass die, ähm, das, also dass viele Leute das irgendwie mit Neonazitum und so weiter in Verbindung gebracht haben. Und jetzt habe ich eine Frage. WT, aber sowas von F, seid ihr behindert? Also jetzt mal ganz ohne Scheiß, man kann sich aber auch echt irgendwelche Sachen raussuchen, die einen stören. Aber das R-Rollen ist gleich Nazi oder was? Ihr seid echt ein bisschen Baller, Baller. Also nicht ihr Zuschauer, sondern die Leute, die das verzapft haben. Und da haben wir schon die Flagge entwickelt. So, außerdem finde ich es viel toller, wenn mal ein bisschen Variation in den, im Sprachlichen drin ist bei Bands, weil die meisten Bands singen einfach ihren Scheiß runter und bei Rammstein haben sie sich wenigstens ein bisschen was überlegt, wie sie ihre Texte noch ein bisschen mehr unterstreichen können und so weiter und so fort, ne? Ihr wisst ja Bescheid. Ich weiß übrigens nicht, warum diese Waffentarnung Karo heißt oder bei vielen Leuten auch Diamanttarnung. Für mich sieht die eher aus wie Swarovski oder so. Also irgendwelche komischen Schmucksteinchen und so weiter und so fort und dann schön heitetei. Aber naja. Es gab schon andere Designentscheidungen bei Call of Duty, die ich mehr als fragwürdig fand. Aber ein Vorteil hat diese Tarnung. Man muss sie nicht für viel Geld total bescheuert zusammenkaufen. Escort Drohne, Orbital Satellit und go. Wieso lade ich eigentlich bei einem 65-Schuss-Magazin bei 60 Schuss nach? What the fuck? Oh nein, nicht nachladen, bitte. Oh, der Sniper, der Sniper. Männlich ausgestanden und überlebt. So muss es sein. Töten, 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 töten. Schütze am Boden. Der verbündete Konterdrohne nähert sich. Brauche Deckung, lade nach. So, will mir denn keiner mal entgegenkommen? So ein bisschen. Bitte. Nein, toll, danke. Doch, da, da, da. Warte, warte, warte. Ah, fuck. Erkugung macht Sias. Bereit machen für die nächste Runde. Da habe ich vielleicht etwas früh geschossen. Das gebe ich zu. Aber hätte auch sein können, dass der Typ in dem Moment, wo er die Flagge hat, umdreht und sofort wieder angerannt kommt. Da hätte ich ihn vollfachmännisch weggepflückt. Ja, und so wie es aussieht, brauche ich noch einen Kill, vielleicht zwei. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, einen für die Köter. Das war einer. Und Hunde. Und go. Flagge? Wache? Nein. Oh, okay. Oh, doch, da ist jemand. Schießen. Geh weg. Ich bin beim Nachladen. So, nichts zu sehen. Boom. Wir haben die Führung übernommen. Wir haben die feindliche Flagge erobert. Erschütterungsgranate geworfen! Hätte er klappen können. A. B. C. Jawohl. So. Da geht es schon heiter weiter. Genau. Mach du das mal. Ich gebe dir mal ein bisschen Deckung hier. Die kommen jetzt garantiert von hier. Ha, du voraussehbarer, du. Wow. Hinter mir. Spacko. So, Escort-Drohne. C4. Kurz warten. Guten Tag. Kaboom. Hunde-Staffel in Bereitschaft. Die verbündete Hunde-Staffel im Einsatzgebiet. Ich opfe mich jetzt mal für mein Team und halte die Gegner ein bisschen auf. Ach, die Escort. Super. Die Escort-Drohne hat die schon weggekommen. Knallert hier. Komm schon, komm schon, komm schon. Du willst es. Du willst mich. Hol mich. Du bist tot. BGF. Du bist voll langweilig, du Rotzvieh. Das sind wohl drei ausgeschaltete Feinde. Achso, wir können ja mal wieder die Flagge holen. Tun wir das doch eben. Überraschung. Erschütterungsgranate geworfen. Ich habe doch jetzt hoffentlich mit allen gewünschten Waffen, ich habe mit der hier Kills gemacht. Ich habe, ja gut, das war ja eigentlich nur die gewünschte. Ja gut, dann habe ich auf jeden Fall mit jeder gewünschten Waffe einen Kill gemacht. Die Abschlussserien sind auch voll, das heißt der Wunsch ist erfüllt. Dann können wir voller Ruhe die Runde beenden. Klack. Und damit wären wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, habt noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschausen.